Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu den fantastischen Angeboten von REWE vom 17. bis 22. Juni. Diese Woche erwarten Sie tolle Rabatte in der REWE-App und auf die Highlights der Woche. Von Getränken über Snacks bis hin zu frischem Gemüse und Fleischprodukten. Viele tolle Angebote warten auf Sie. Lassen Sie uns die Details entdecken. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. Diese Woche gibt es bei REWE großartige Rabatte auf frisches Obst und Gemüse. Die leckersten und gesündesten Produkte des Sommers warten zu den besten Preisen auf Sie. Von Tomaten über Gurken bis hin zu Äpfeln und Erdbeeren. Viele frische Produkte sind im Angebot. Auch Topfpflanzen, die Ihr Zuhause und Ihren Garten verschönern, sind reduziert. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, um sich mit gesunden und frischen Produkten einzudecken. Für Fleischliebhaber gibt es diese Woche bei REWE tolle Rabatte. Von rotem und weißem Fleisch über Wurstwaren bis hin zu Grillfleisch. Eine breite Palette an Angeboten wartet auf Sie. Bereiten Sie gesunde und leckere Mahlzeiten zu und nutzen Sie diese Gelegenheit, um hochwertiges Fleisch zu den besten Preisen zu kaufen. Marinierte und gewürzte Fleischprodukte sind ebenfalls im Angebot und sorgen für noch mehr Geschmack auf Ihrem Tisch. Verpassen Sie nicht die Fleischprodukte-Rabatte bei REWE. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die Spiele mit köstlichen Angeboten bei REWE zu genießen. Diese Woche gibt es bei REWE viele tolle Rabatte in verschiedenen Produktkategorien. Von Milchprodukten über Getränke und Snacks bis hin zu Tiefkühlgemüse, Kosmetik und Reinigungsprodukten. Eine breite Palette an Angeboten erwartet Sie. Große Rabatte gibt es auf Milch, Käse, Joghurt und viele andere Milchprodukte. Auch erfrischende Getränke wie Softdrinks, Säfte, Energydrinks und Eistees sind stark reduziert. Snacks wie Chips, Nüsse und Schokolade sind ebenfalls im Angebot. Tiefkühlgemüse und Fertiggerichte bieten gesunde und praktische Lösungen für Ihre Mahlzeiten. Auch Kosmetik- und Reinigungsprodukte sind stark reduziert. Von täglichen Pflegeprodukten bis hin zu Reinigungsmitteln. Nutzen Sie die tollen Wochenangebote bei REWE und machen Sie Ihren Einkauf günstiger und angenehmer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren, Sie können uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren, und Sie können uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren, Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig, indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung!